Hallo Menschen, ich habe mich heute in diesem schönen Fleckenwelt eingefunden, um passenderweise über den Roman Wald von Doris Knecht zu sprechen, den ich, soviel schon mal vorweggenommen, leider nicht so besonders mochte. Wir folgen in diesem Roman Marianne, die eigentlich Marianne heißt, allerdings die Verkürzung ihres Namens ansprechender findet für ihr Dasein als Modedesignerin. Das Buch beginnt allerdings in einem Moment, wo sie durch die Weltwirtschaftskrise, allerdings auch so ein bisschen, manchmal angedeutet, vielleicht durch eine Art Verrat, ihr gesamtes Geld, ihren Laden und auch ihr Ansehen verliert, woraufhin sie dann in ein abgelegenes Dorf, in die Hütte ihrer verstorbenen Tante zieht. Es wird auch mehrmals angedeutet und später dann auch direkt beschrieben, dass sie allerdings nicht einfach nur ihren Wohnort wechselt, sondern komplett aus dem System aussteigt. Das heißt, sie hat auch keine Versicherung mehr, bekommt keine Sozialleistung und so, muss sich demnach selbst versorgen, was auch eines der großen Themen in diesem Buch ist, da sie das ja bisher noch nie gemacht hat und nicht weiß, wie man ohne Geld eigentlich für sich selbst sorgt. Ich hatte einige Probleme mit diesem Buch. Das geht schon damit los, dass ich ehrlich gesagt gehofft hatte, dass Marianne etwas wirklich Schlimmes passiert ist. Also das wünsche ich natürlich niemandem im wirklichen Leben, aber für das Buch hätte mir das tatsächlich das Ganze auch sympathischer gemacht. Es gibt ja immer mal Menschen, die vielleicht auch einfach aus Pech durch das soziale Netz hindurchfallen und auf der Schrade landen und denen es wirklich dreckig geht. Aber etwas später im Buch wird dann Mariannes sozialer Abstieg beschrieben. Und mein Gott, die arme Frau, die musste dann in einer eineinhalb Raumwohnung leben und die konnte sich auch nur noch das abgepackte Brot im Supermarkt und Stangenwurst kaufen. Der geht sie ja so schlecht. Und dann konnte sie auch nicht mehr mit feinen Stoffen arbeiten, sondern hat eine Stelle in einer Möbelschneiderei gefunden. Und nachdem sie das vier Monate lang durchgehalten hat, da ging das einfach nicht mehr. Sie hat nur noch vor sich hin vegetiert. Sie musste jetzt Schluss machen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, so wirklich ernsthaft, das ist das Furchtbare, was ihr passiert ist, dass sie eine Wohnung hat, wo sie leben kann und genug Geld, um sich Essen zu kaufen. Das ist das Schlimme, das Einschneidende in ihrem Leben gewesen. Und ja, das war echt schon so der erste Punkt, wo ich mir im Buch gedacht habe, oh nee, wenn das so weitergeht, dann wird das nichts für mich. Man kann das Ganze jetzt auch nicht direkt als Stream of Consciousness bezeichnen, aber die Jetztzeit eben in diesem abgelegenen Dorf wird sehr, sehr oft von Gedanken an ihr früheres Leben unterbrochen, was für Marianne eben immer noch so das normale Leben ist. Jetzt lebe ich ja auch nicht ohne Internet auf dem Land, aber es stieß mich dann schon manchmal etwas sauer auf, wie oft sie so gesagt hat, oh Mensch, hier auf dem Land leben, das ist ja wirklich nicht normal. Also es ist natürlich klar, dass sie es nicht gewohnt ist, aber immer so dieses, was ich früher hatte, das ist das Normale, so muss man leben, ging mir mit der Zeit halt eben auch etwas auf die Nerven. Das Problem ist auch, dass mir der Roman dann mit der Zeit etwas zu konstruiert, beziehungsweise vielleicht wie so eine ProSieben-Show vorkam, denn natürlich ist es ausgerechnet die reiche Modedesignerin, die sich Antifaltencreme für 300 Euro und Schuhe im Wert von zwei Monatsgehältern kauft, die einen eigenen Yoga-Lehrer und Masseur hat, ausgerechnet die muss jetzt natürlich hart körperlich arbeiten. Das hat mich irgendwie extrem so an The Simple Life mit Paris Hilton erinnert, falls ihr die Sendung noch von früher kennt. Und ich glaube, es wäre halt interessanter gewesen, wenn das vielleicht ein durchschnittlicher Mensch gewesen wäre. Aber nein, man muss natürlich irgendwie jemanden aus der High Society nehmen, der dann tief fällt, wie es halt immer so dargestellt wird. Das Einzige, was ich ihr so gut erhalten muss, ist, dass sie tatsächlich nie wirklich jammert. Sie mochte zwar ihr altes Leben, aber es wird jetzt nie larm und jant, dass sie irgendwie da steht, mein Gott, mir geht es so schlecht, sondern dass sie das Ganze hinnimmt und versucht, das Beste draus zu machen, das rechne ich ihr auch hoch an. Dann geschehen allerdings Dinge, die für mich wieder zu einem großen Problem werden. Und zwar lernt Marianne Franz kennen, der in der Gegend auch so ein bisschen ein großes Tier ist, ist ein Gutbesitzer und er gibt ihr manchmal Essen, bringt ihr zum Beispiel auch bei, wie man eine Mausefalle richtig stellt. Und ihr erstes Treffen fand allerdings statt, als Franz sie beim Wildern erwischte, was natürlich verboten ist. Er kehrt das Ganze allerdings unter den Teppich, verlangt danach allerdings von ihr sexuelle Gefälligkeiten. Und jetzt finde ich den Fakt an sich gar nicht so verwerflich, aber man kann halt nicht sagen, dass sie sich bewusst dafür entschieden hat, denn es war einfach eine Notsituation. Für sie war die Wahl, ich gehe entweder ins Gefängnis oder ich schlafe mit diesem Mann und das ist halt keine wirkliche Wahl. Noch mehr als dieser Fakt an sich stören mich aber die Gedanken, die sie dann dazu entwickelt. Sie fragt sich dann so, ob es nicht besser gewesen wäre, einen Franz zu haben, damals schon, ob es nicht immer schon besser gewesen wäre, ob es sich vielleicht gerettet hätte, wenn sie einen wie Franz an sich herangelassen, wenn sie zugelassen hätte, dass einer wie Franz in ihrem Leben herumstocherte und umorganisierte und zupackte. Wenn ein Franzartiger ihr Leben in die Hand genommen hätte und sie gewarnt und beschützt hätte, viel früher schon. Und da dachte ich mir halt so, nein, nein, wenn ich jemandem helfe, dann stecke ich ihm danach nicht meinen Penis in den Mund. Und wenn jemand so etwas mit mir macht, dann rede ich mir das danach nicht schön und sage, es wäre aber gut gewesen, wenn der schon mal eher zugepackt hätte. Das hat mich so irritiert und ich glaube, ich hätte viel, viel besser damit leben können, wenn sie bewusst mit der Absicht so aufs Land gegangen wäre, dass sie sagt, okay, ich kann das allein nicht, ich suche mir dort jemanden, ich verführe den und ich lasse mich von dem aushalten. Das ist zwar immer noch nicht das Leben, was ich führen will, aber damit wäre ich irgendwie besser zurechtgekommen als diese Notsituation, die jemand anders eigentlich ausnutzt. Das ist natürlich jetzt rein subjektiv, vielleicht seid ihr der Meinung, das ist schon gut, wie sie es macht, aber sie redet sich das dann immer so schön und sagt, naja, wir haben halt einen Deal, aber sie hat halt nie eine Wahl gehabt. Sie konnte diesen Deal auch nicht mitbestimmen, sondern er wurde ihr auferlegt. Und dann gibt es auch so Momente, wo sie sagt, naja, es ist ja eigentlich dasselbe, ob ich die Beine breit mache und meinen Körper verkaufe für ein Ei und Mehl. Genauso wie ein Maurer halt sein Können verkauft, um dafür Geld zu bekommen. Und auch das ist halt bei mir so eine Sache, wo ich sage, nee, nee, für mich ist das halt nicht dasselbe. Und es gibt dann mal eines der wenigen Telefonate mit ihrer Schwester, wo die Schwester halt auch so merkt, naja, wie kommt denn die eigentlich zurecht? Und fragt dann so, und was für eine Gegenleistung bekommt Franz dafür? Was musst du dafür tun? Marian antwortet, das gleiche wie du, Schatzi. Sie fragt, wie meinst du das? Das war etwas zu schrill. Gut. Marian antwortet wieder, ich mach die Beine breit, du machst die Beine breit. Wir machen doch alle die Beine breit. Du hältst hin, ich halte hin. Wir bekommen etwas dafür. Oder liebst du Max? Max ist der Mann der Schwester. Und nee, auch das ist für mich nicht das Gleiche. In der Beziehung machen meiner Meinung nach Frauen nicht einfach nur die Beine breit, weil es der Mann so will, sondern im besten Fall sollte es entweder beiden Spaß machen oder man lässt es halt. Aber die Frau muss nicht bereit sein, mit sich alles machen zu lassen. Und Marian redet sich das halt alles immer so schön, dass alle anderen doch auch das Gleiche machen wie sie, was halt meiner Meinung nach nicht so ist. Das Ganze läuft eben darauf hinaus, dass diese Utopie der Landidylle genauso falsch ist, wie die Vorstellung durch Erfolg und Besitz glücklich zu werden. Allerdings finde ich das auch irgendwie so ein bisschen eine ausgekatschte Erkenntnis. Also dafür habe ich dieses Buch nicht gebraucht. Und ich nehme an, auch ihr braucht für solche 0815-Erkenntnisse nicht diese Geschichte. Deswegen konnte ich jetzt nicht mal sagen, okay, ich nehme die Geschichte hin, weil am Ende irgendwie eine tolle Erkenntnis rauskommt. Nicht einmal das war meiner Meinung nach gegeben. Was ich Doris Knecht noch zugutehalten muss, ist, dass sie ihre Charaktere sehr, sehr gut beobachtet, das auch recht gut wiedergibt. Und zum Beispiel auch die triste Stimmung, die einfach so durch dieses gleichbleibende Landleben entsteht, sich aber nicht auf ein langweiliges Leseerlebnis überträgt. Sondern man langweilt sich nicht beim Lesen. Es gibt sogar einige humorvolle Stellen. Und was ich ganz amüsant fand, ist manche so österreichische Ausdrücke oder Momente, wo österreichischer Dialekt vorkommt oder wo halt auch Marian dann mit den Leuten im Dorf anders redet, als ich es halt im Deutschen gewohnt bin, was ich irgendwie manchmal ganz niedlich fand. Die Sprache an sich im Buch hat mir allerdings auch nicht so gut gefallen. Ich bin halt einfach kein Fan davon, wenn in Romanen so Wörter wie abgefuckt vorkommen. Also es sei denn, jemand redet tatsächlich so, aber nicht im normalen Fließtext. Das gefällt mir nicht so gut. Das Problem am Ende wurde dann auch... Also ich habe euch ja jetzt mehrere Sachen gesagt, wo ich sogar recht emotional darauf reagiert habe. Aber je weiter ich gelesen habe, desto mehr war mein Problem nicht, dass mir die Hauptperson unsympathisch war, sondern dass sie mir immer egaler wurde. Also am Ende hat es mich überhaupt nicht mehr gekümmert, ob sie nun auf dem Land zurechtkommt, ob sie vielleicht zurück zur Stadt geht, ob sie die Probleme, die sie mit Bauern dort in der Gegend hat, weil sie von denen manchmal was geklaut hat, ob sich das löst, wie es mit Franz weitergeht, weil es halt dann doch bei ihr immer mehr so in die Richtung geht, ach ja, der Franz, der ist ja, den könnte ich mir doch auch nehmen, aber der ist verheiratet. Und es war mir dann wirklich vollkommen egal. Also die hätte machen können, was sie will. Am Ende hätte mich nichts mehr irgendwie befriedigt, weil es mir egal war. Insofern von mir leider keine Empfehlung. Das hat mich enttäuscht. Es gibt ja ein ähnliches, fast schon Klassiker in die Richtung, die Wand, was ich noch nicht gelesen habe. Falls es einer von euch gelesen hat und mit dem hier ein bisschen vergleichen könnte, wäre ich daran interessiert, denn die Wand wollte ich auch immer lesen. Das kam mir eine extrem interessante Prämisse vor. Allerdings nach dem hier werde ich wohl erstmal ein bisschen Abstand davon nehmen, auch wenn sich das andere Buch in eine andere Richtung entwickelt. Aber das hat mich jetzt wirklich ein bisschen runtergezogen und war der Tiefpunkt meines bisherigen Monats, ehrlich gesagt. Aber ich werde jetzt noch ein wenig diese schöne Gegend hier genießen und danke euch schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis bald!